Hey und ganz, ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin Akisha und heiße dich ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Part der The Sims 4 100 Baby Challenge. Ja, im letzten Part ist ja so ein bisschen was passiert und ich liebe Wollmäuse seit dem letzten Part definitiv. Falls du das Ganze noch nicht mitbekommen hast, wir bauen ein neues Haus für Sarah, beziehungsweise bin ich mir gar nicht so sicher, ob wir uns das demnächst leisten können. Eventuell wird es auch so ein Erbstück eventuell, weil das Ganze wird ziemlich teuer und ich zeige dir mal, was ich meine. Wir bauen nämlich hier gerade auf diesem Grundstück ein neues Haus und wie du siehst, wir sind jetzt schon bei 82, knapp 83.000 Simoleons und wir haben immer noch nicht das Erdgeschoss fertig. Wir haben dann noch einen Keller, wir haben dann noch einen ersten Stock und wir haben dann noch die Umgebung sozusagen, also den Garten und so. Das heißt, es wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir das fertig bekommen. Wenn du aber, ja, sehen möchtest, wie das Ganze aussieht, wie wir das Ganze einrichten und so weiter, dann folgen wir doch sehr, sehr gern auf Twitch. Der Name steht hier oben, da heiße ich auch Akisha Place, allerdings ein Unterstrich statt ein Leerzeichen dazwischen. Und ja, da bauen wir regelmäßig weiter. Wenn du wissen möchtest, wann das Ganze dann auch stattfindet, dann folgen wir sehr, sehr gern auf Instagram. Da heiße ich ja auch xakisha oder join auf den Discord-Server der Dark Pandas und dazu den Link findest du in der Videobeschreibung. Ich musste gerade das Wort suchen. Und auch in der Kanalinformation. Und dann dürftest du eigentlich keine Uploads, News oder sonst was mehr verpassen. Aber ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange drum rum, sondern wir sehen uns gleich im Gameplay wieder. So, da sind wir auch im Gameplay angekommen. Und ein kurzes Update, falls du vielleicht die letzten Parts noch nicht verfolgt hast und das dein erstes Video hier sein sollte. Wir sind momentan auf dem Stand, dass wir schon fünf Kinder von 95 großgezogen haben. Wenn ich jetzt nicht lüge, lasst mich nochmal nachgucken. Zwei, vier, sechs, nee, Quatsch, fünf. Du zählst noch nicht, Kollege. Fünf von hundert haben wir und fehlen noch 95. Dann haben wir zurzeit unseren Leo als Schulkinder durfte im letzten Part altern. Und dann haben wir hier vier Babys. Es sind keine Vierlinge. Sarah war einfach nur mega, mega fleißig. Also, so viel dazu. Sie war unfassbar fleißig. Ich glaube sogar, es dürften jetzt morgen tatsächlich. Sehr schön. Morgen dürfen die beiden Jungs hier altern. Morgen hat Leo und Dennis haben morgen Geburtstag. Das ist schon mal sehr schön. Das heißt, da müssen wir eventuell auch noch ein bisschen was machen für. So eine kleine Feier oder so. Obwohl, ich glaube, wenn man vom Baby zu klein geht, ist das ja nicht immer so extrem. Wir sind jetzt übergangsweise in dieses Haus hier gezogen. Haben das so ein bisschen eingerichtet, dass es so ein bisschen besser zu uns passt. Das sollte eigentlich zumindest nur ein Übergangshaus sein. Ich habe aber eher die Vermutung, dass das Ganze ein bisschen länger anhalten wird. Und ich hatte auch auf Instagram eine Abstimmung gemacht und die war eindeutig. Ich habe euch nämlich gefragt, darf Sarah sich in die Freelancer-Karriere einschreiben? Einfach, damit wir ein bisschen schneller an Geld kommen. Und das ist ja eigentlich auch nicht wirklich eine feste Arbeit, sondern es ist ja eigentlich, Ja, wie sagt man dazu? Es ist das Homeoffice. Sie verlässt die Kinder dazu nicht. Also das heißt, sie erfüllt trotzdem ihre Aufgaben. Und deswegen dachte ich, könnten wir das ja eigentlich mal machen. Ich bin gerade nur am gucken, wo das Ganze denn war. Oder müssen wir da echt auf... Nee, doch, das ist unter Jobsuchen. Ich war schon so lange nicht mehr in dieser Karriere gewesen. Das ist echt unfassbar. Ich würde mal sagen, wir gehen dann einfach mal auf Jobsuchen und gehen dann in die Freelancer-Karriere. Oh, das Schneefest hat begonnen. Eventuell können wir dann nachher auch mal mit Leo vorbeigehen. Ich weiß, eigentlich müssten wir die Babys mitnehmen. Aber die Babys können halt noch nicht mit. Das ist das Problem. So, genau. Freelancerin, digitale Künstlerin, Herstellerin, Modofotografin, paranormale Ermittlerin, Programmiererin oder Schriftstellerin. Also paranormale Ermittlerin ist, finde ich, so, so nice. Und würde ich es so gern machen. Allerdings müssten wir uns dazu eine Lizenz verdienen. Und wir müssten dazu außer Haus gehen. Das ist das Problem an der Geschichte. Das heißt, das können wir nicht mit ihr machen. Deshalb denke ich, wird es entweder der Zweig digitale Künstlerin oder Schriftstellerin. Weil, glaube, was die Kunst angeht, war sie sogar schon auf Level 10. Ja, auf Level 7. Fast Level 8. Finde ich, ist dann, glaube ich, ein bisschen besser. Allerdings würde mir Schriftstellerin irgendwie doch einen Ticken besser gefallen. Ich bin mir dann auch so ein bisschen unsicher, sozusagen. Aber ich würde sagen, wir nehmen erst mal Wortsalat für den Anfang. Ich meine, die Branche können wir ja zwischendurch immer nochmal wechseln. Das ist ja gar kein Problem. Das ist das Gute an der Sache. Und dann würde ich sagen, darf Sarah auch schon direkt einmal ihren ersten Auftrag suchen. Sehr schön. Danke für das Paket. Dein Artikel, großes Gemälde, kann man wirklich toll als Fußpank benutzen. Oha! Das ist jetzt aber nicht nett. So, was können wir denn? Was können wir denn? Was dürfen wir? Hier würden wir 145 Simulons verdienen. Und hier würden wir 540 Simulons verdienen. Ich glaube, dann würden wir auch direkt mal das hier nehmen. Sarah möchte direkt Staub saugen. Und ich möchte aber, dass sie sich dann auf jeden Fall noch einmal mit der Wollmaus anfreundet. Vielleicht haben wir dann nochmal Glück. Und sie findet uns nochmal was Schönes, was nochmal ein bisschen Geld bringt. Leo, wieso geht es dir nicht so gut? Du brauchst was zu trinken. Ist das hier noch in Ordnung? Das ist noch in Ordnung. Dann darfst du das auf jeden Fall gleich trinken. Und er muss auf jeden Fall auch noch seine Hausaufgaben machen. Und wie ihr vielleicht seht, wir haben ja auch schon so ein bisschen Katzenzeug da. Denn wir möchten uns, oder ich möchte ganz gern, dass ihr bald noch ein Kätzchen einzieht. Aber ich glaube, ehe das passiert, kümmern wir uns erstmal am besten um die Babys. Um eins nach dem anderen. Gucken wir mal nach. Okay, Moment, Moment, Moment. Perfekt. Zeigt mir, was ihr braucht. Du brauchst eine frische Windel. Du möchtest ein bisschen Liebe. Du brauchst was zu essen. Und du brauchst auch ein bisschen Liebe. Perfekt. So gefällt mir das. Zeigt mir ruhig, was ihr wollt. Leo ist auf jeden Fall auch ziemlich happy. Abgesehen davon, dass er müde ist. Aber ein bisschen was muss er auf jeden Fall noch durchhalten. So ein ganz kleines bisschen zumindest. Dann darf er noch seine Hausaufgaben machen und noch ein bisschen Fernsehen schauen oder so. Also ein bisschen seinen Spaß noch fördern. Und auf die Toilette musste er dann auch ziemlich bald. Und dann darf er auch schon ins Bett. Ich denke, dann sollte das von der Uhrzeit her auch passen. Dass er auch nicht zu früh morgen aus dem Bett kommt und dann müde in die Schule geht. Ich weiß, wir haben heute eigentlich auch Silvester. Und eigentlich müssten wir noch so viel machen. Aber die Angebotsdauer für den Artikel mit dem Großes Gemälde auf Plopsi ist abgelaufen. Oh. Ne, das ist das falsche Inventar. Hier haben wir es. Das wäre eins für 300 noch was. 304 Simoleons. Ich bin mal gespannt, ob das Meisterwerk hier weggehen wird für 2000 Simoleons. Bin ich mal echt gespannt. So, dann können wir hier nebenbei noch schnell einen Frosch züchten. Mache ich auch mal ganz gerne. Es gibt halt immer noch so ein bisschen extra Simoleons. 100 Simoleons fürs Nichtstun. Ist doch perfekt. Was wünscht man sich mehr? Sarah geht das auch so schlecht. Es tut mir so leid, Sarah. Sie braucht Spaß. Sie hat Hunger. Und sie ist müde. Sie muss manchmal echt extremst leiden. Dann, so, Leo, äh, nee, Leo, Leo, nicht Leo, sondern Leo. Geh mal bitte auf die Toilette. Danach darfst du deine Hausaufgaben einmal machen. Ganz, ganz wichtig, Hausaufgaben machen. Obwohl du die eigentlich auch morgen machen könntest, ne? Wir haben ja morgen keine Schule oder so. Morgen ist Sonntag. Dann, ähm, könnten wir dich eigentlich hier noch so ein bisschen spielen lassen, ne? Irgendwie mit Spielzeug spielen. Und dann darfst du mit Mampfi spielen. Und danach darfst du dann schlafen gehen. 120 Simoleons. Für was haben wir jetzt 120 Simoleons bekommen? Das würde mich jetzt mal interessieren. War das die Wollmaus, die uns da gerade Geld gefunden hat? Wenn sie nur hier rumsitzt. So süß. Hier müssen wir auf jeden Fall auch noch demnächst sauber machen. Ganz, ganz wichtig. Sarah geht jetzt ein Nickerchen machen? Oder was macht sie? Summer ruft an. Hallo, Sarah. Ich hätte Lust auf ein Tässchen Sokratie. Hast du Lust, mit mir zum Romantikfestival zu gehen? Unwahrscheinlich. Ich glaube, dazu ist Sarah echt zu müde. Viel, viel, viel zu müde. Lassen wir sie mal kurz das Nickerchen hier machen. Und die Erbsen gehen auch mal wieder hier rein. Und der Kuchen geht auch mal wieder hier rein. Dann darf Sarah mal eben aufräumen. Und dann darf sie sich Reste nehmen. Aber wir gucken mal eben schnell nach, was für Reste. Irgendwas, was eventuell auch passen könnte. Ich meine, die Knoblauchnudeln hat sie ja auch für sich alleine. Die isst ja Leo auch nicht so wirklich. Deswegen kann sie sich hier von ein Gericht nehmen. Ich habe die Nachricht gehört und bin hierher geeilt, um das neue Familienmitglied zu treffen. Brauchst du Hilfe? Du hast doch gerade einen Bund. Du solltest dich ausruhen. Oh mein Gott, das ist ja lieb. Stefan möchte vorbeikommen und abhängen. Na klar, ich weiß, sie sehen alle so ein bisschen komisch aus dadurch, dass wir das ganze CC entfernt haben. Und April ist auch direkt da und möchte sich mit um ihre Geschwisterchen kümmern. Ich liebe sie einfach dafür. Sie ist immer da, wenn man sie braucht. Das ist so schön. Leo ist hier gerade noch am Spielen. Sein Spaß müsste eigentlich demnach auch wieder so ein bisschen... Ja, perfekt. Sein Spaß geht auf jeden Fall hoch. Das Tablet packe ich hier schon mal hin für das nächste Kleinkind. Ich weiß ehrlich gesagt auch noch gar nicht, wie wir das mit den Betten dann machen wollen, wenn die beiden jetzt morgen altern dürfen. Heißt eigentlich, dass wir hier irgendwie was wegnehmen müssten und denen irgendwie ein paar Betten hinstellen müssen. Und beziehungsweise sich hier irgendwie das Zimmer teilen müssten. Das wird auch noch mal lustig werden, denke ich. Aber irgendwie werden wir das schon hinbekommen. So, Sarah hat gegessen. Sarah hat leider keinen Spaß. Aber Sarah könnte hier das Gemälde fortsetzen und nebenbei noch ein bisschen Musik hören. Das könnten wir ihr lassen. Und Sarah ist so glücklich. Das ist so schön. Auch wenn sie sehr, sehr müde ist. Läuft die Musik? Die Musik läuft. Sehr schön. Geht ihr Spaß dann jetzt auch ein bisschen wenigstens nach oben? Perfekt, würde ich sagen. So gefällt mir das. Bis wann muss ihr das dann? Bis Dienstag um 9 Uhr. Okay. Also ich denke mal, wenn wir morgen aufgestanden sind, sollten wir morgen auch so ein bisschen was hinbekommen davon. Verborgener Lebensstil im Auflauf. Sarah hat einen Lebensstil entdeckt, der zuvor verborgen war. Sieh dir das Lebensstilmenü in der Simologie-Leiste an, um mehr darüber zu erfahren. Ah, glücklicher Single im Aufbau. Sims mit dem Lebensstil glücklicher Single genießen das Single-Leben und ihre Unabhängigkeit. Um diesen Lebensstil zu erhalten oder beizubehalten, solltest du feste romantische Beziehungen vermeiden und keine romantischen Medien konsultieren. Lebensstileffekte, Vorteile, wenn Single ist, schnellere Aufbau aller Fähigkeiten, weniger anfällig für romantische Gefühle, findet romantische Medien ziemlich unrealistisch. Erhöhte Arbeitsleistung, wenn Single ist, angespannt, wenn eine neue romantische Beziehung eingegangen ist. Gut, das hat also Vor- und Nachteile für uns, wenn wir das Ganze machen. Allerdings, glaube ich, sind es mehr Nachteile als Vorteile, wenn ich da ehrlich sein darf. April geht sich gerade um die beiden kümmern. Das ist so lieb. Um Melina und um Dennis. Der liebe Leo und auch Mike ist am Schlafen. Ich bin mal gespannt, wie wir das echt dann machen, wenn die beiden morgen Geburtstag haben. Wie wir das Ganze dann so umbauen hier. Das wird ein bisschen schwierig. Das sieht sehr schön aus, Sarah. Ich mag es. Ich finde es toll. Sarah ist auch total glücklich, dass so viele Familienmitglieder noch mal vorbeigekommen sind und alles. Das ist wunderbar. So, die beiden sind aber immer noch ein bisschen quengelig. Wenn wir hier die super effiziente Babypflege anwenden. Und hier werden wir dann mal herausfinden, was los ist. 114 Simoleons. Ich liebe die Wollmäuse. Sie bringen uns scheinbar echt wahnsinnig viel Geld. Sollten uns eventuell auch noch mal mit der kleinen Maus hier anfreunden. Ich möchte sie auf jeden Fall behalten. Ich finde sie süß. Oh, 603 Simoleons, wenn wir es an den Sammler verkaufen. Dann geht es immer noch. Ah, nee, okay. Du hast eine schmutzige Windel. Oh, das macht April. Nee, April nimmt ihn einfach nur auf den Arm. Jo, dann lieb Kohl es mal ein bisschen, bitte. Was ist hier mit dem Knoblauch? Knoblauchzopf herstellen. Das können wir auf jeden Fall anpinnen. Das werden wir auf jeden Fall machen, sobald wir genügend Knoblauchzehen haben. Ich muss gerade mal gucken, wo wir unseren Knoblauchtopf hingepackt haben. Ich glaube, hier drüben irgendwo war es. Genau da. Ist bis jetzt noch nichts da. Nee, es möchte nicht gefüttert werden. April, du hast doch selbst ein Baby. Eigentlich solltest du es so langsam, aber sicher wissen. So, dann gucken wir mal nach. Herausfinden, was los ist. Mal schauen, was der liebe Leo so möchte. Ist das Leo? Das ist Leo, ne? Leo braucht Liebe. Dann bekommt Leo auch Liebe. Ganz einfach. So, Sarah müsste dann auch nochmal auf die Toilette. Wenn April sich da eh gerade um den kleinen Mann kümmert, dann können wir ja eh nicht viel machen. Das heißt, sie kann dann hier nochmal eben schnell auf die Toilette verschwinden. Eventuell. Oh, jetzt ist sie doch glücklich. Okay, sie hat es doch hinbekommen. Sehr schön. Sehr schön. Dankeschön, Sarah. Dankeschön, April. Mein April ist ja selbst, Mutti. Wow, da möchte jemand unser Bild erwerben. Und es geht tatsächlich um das, was wir gerade... Nee, um unser Meisterwerk. Sehr schön. Über Plop sie versenden. Sehr, sehr schön. Und dann haben wir hier noch einen kleinen Queergeist. Der braucht noch eine frische Windel. Leo ist jetzt definitiv schon im Schlafen. Das macht er sehr schön. Und ich würde sagen, wir packen ihm mal seine Hausaufgaben ins Inventar. Damit sie dann nicht irgendwie verschwinden, untergehen oder so. Kann er nämlich morgen auch direkt an seinem Schreibtisch machen. Können wir hier das Essen eben schnell in den Kühlschrank packen. Und Sarah, wenn du dann fertig bist, darfst du hier unten auch nochmal den... Okay, du brauchst einen Mülleimer, aber wir haben doch hier einen Mülleimer. Der ist fast hier jetzt, der funktioniert. So, dann darfst du das nämlich auch nochmal gleich machen. Und danach darfst du dann auch definitiv schlafen gehen. Das hast du dir verdient. Schlafen gehen hast du dir auf jeden Fall verdient. Es ist so wunderschön. So hier das... Ich bin mir unsicher, ob wir das an Sammler verkaufen oder auch auf Plopsy anbieten. Aber ich würde sagen, wir bieten das auch auf Plopsy an. Das ist eigentlich gar nicht so... So verkehrt. So, und dann wollten wir uns eigentlich noch mit... Oh mein Gott, wir haben schon zwei Wollmäuse. Leute, ich liebe sie, ich liebe sie, ich liebe sie. Sie sind so süß. Und sie sind nützlich. Sie bringen uns halt auch voll viel. Das ist das Schöne an der Sache. Ich feiere es. Ich freue mich da richtig drüber. Und ich bin mal echt gespannt, wie das dann harmonieren wird, wenn wir dann halt wirklich eine Katze haben. Ich würde sagen, bevor wir das Ganze jetzt auf Plopsy anbieten, würde ich tatsächlich einfach nur einmal gucken. Wo haben wir es? Adoptieren. Ob wir vielleicht eine süße Babykatze finden. Ich möchte schon ganz gerne eine Babykatze haben. Oder möchte schon wieder jemand unser Gemälde kaufen? Was ist denn da los? Das finde ich gut. Hier hätten wir ein Kätzchen, die Belle. Zoe ist auch noch Baby. Daisy ist auch noch Baby. Giubetto ist auch noch ein Baby. Oh, Waschbär-Baby. Okay, wir haben also auf jeden Fall so ein paar zur Auswahl. Aber irgendwie ist da noch nicht so die richtige Miezetatze dabei, finde ich. Also es ist jetzt nicht eine dabei, wo ich sage, okay, mein Herz schlägt über. Ich muss dieses Babykätzchen haben. So, das dann auch nochmal eben schnell über Plopsy verkaufen. Können wir nochmal einen neuen Frosch züchten? Wir können auch nochmal einen neuen Frosch züchten. Oh, ein ganz neuer Frosch für zehn Simoleons. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und wenn du jetzt eh nach oben gehst, Sarah, dann biete das jedoch auch nochmal eben einmal über Plopsy an. Und danach darfst du dich hier um den Schreihals kümmern mit der super effizienten Babypflege. Und dann darfst du dich auch endlich ins Bettchen hauen. Das hast du dir verdient. Und Sarah ist einfach so unglaublich glücklich. Das ist wunderschön. Genau, geh dich nochmal schnell um Leo kümmern. Oh nein! Nein, Sarah, nein! Es tut mir leid! Komm, steh auf. Kümmere dich nochmal ums Baby und danach darfst du wirklich schlafen. Das ist versprochen. Oh Mann. 96. Ich bin echt der Meinung, dass es hier an diesen kleinen süßen Wollmäusen liegt. Und wenn das hier so weiterläuft, dann bitte lass dieses Haus vertrecken. Umso schneller können wir uns unser neues Haus leisten. Das ist so herrlich. Ich lieb's. Ich lieb's richtig. Also hier oben ist ja echt noch alles tiptop sauber. Es ist halt wirklich nur unten, ne? So. Und dann geht's ab ins Bettchen für Sarah. Und dann würde ich auch sagen, überspringe ich mal eben kurz einmal die Nacht. Und dann sehen wir uns morgen früh wieder. So dann, wenn alle so ein bisschen ausgeschlafen sind. So. Sarah ist noch am Schlafen. Die Babys waren echt anstrengend diese Nacht. Wir haben ein bisschen Geld bekommen. Und wie gesagt, Leo hat jetzt ausgeschlafen. Er ist voller Energie und er möchte Chaos veranstalten. Super. Lassen wir ihn das einfach mal machen. Lassen wir ihn das einfach machen. Und dann darf er eben schnell auf die Toilette gehen und mal eben schnell duschen. Und danach darf er sich was zum Frühstück nehmen. Beziehungsweise möchte ich schon ganz gern, dass er hier nochmal die Wollmäuse mit Staub füttert. Und dann, ja, gucken wir mal eben nach, dass wir uns irgendwie ein paar Reste nehmen können. Beziehungsweise müssten wir eigentlich mal... Ich glaube, wir geben ihm die Erbsen, die er gestern essen wollte. Da könnten wir uns wenigstens sicher sein, dass er die Erbsen auch isst. So klingt es, glaube ich, ganz gut. Hier ist wieder ein Baby wach. Braucht eine neue Windel. Sarah ist jetzt so halbwegs ausgeschlafen. Ich denke, das sollte bis morgen auf jeden Fall reichen. Beziehungsweise bis heute Abend. Ja gut, Hygiene braucht sie eigentlich auch. Was möchtest du jetzt hier machen? Nun, nee, Sarah, du spielst jetzt bitte nicht mit den Puppen. Sondern du wirst dir jetzt hier auch mal eben eine schnelle Mahlzeit nehmen. Weil zum großartig Kochen haben wir jetzt nicht wirklich die Zeit. Dann darfst du dir einen Joghurt nehmen. Danach darfst du dich dann mal ranmachen und mit dem Kunden chatten. Dass du mal so langsam der Arbeit nachkommst, sozusagen. Können wir aber nochmal gleich gucken, wie es hier aussieht wegen dem Knoblauch. Den könnten wir nämlich auch abernten. Das ist sehr schön. Das heißt, du wirst erstmal den Knoblauch abernten. Und wie viel Knoblauch ist denn vorhanden? Fünf Stück. Okay, fünf Knoblauchzehen bekommen wir aus einer Knolle. Ich würde mal eben schnell alles abernten. Und ich bin halt am überlegen, ich finde diese Bank hier eigentlich ziemlich nice. Allerdings könnte ich mir aber ganz gut vorstellen, dass sie hier einfach so irgendwo ein bisschen anders steht. Wenn überhaupt. Können wir eben schon die Wände nochmal hoch machen. Ich könnte mir nämlich auch sehr gut vorstellen, dass die Bank einfach hier hinpasst. Dass man sich hier einfach hinstellt. Und dann haben wir hier nämlich Platz für ein paar Beete. Und wenn es nur zwei Stück sind, aber mein Gott, wir hätten Beete. Müssen wir nochmal gerade gucken. Ich bin mir gerade nicht mehr so ganz sicher, wo die waren. Und ich glaube, die waren hier so in dem Dreh gewesen. Genau. Mal gucken, ob wir hier eventuell schaffen könnten. Zwei zu platzieren, wird ein bisschen schwierig. Wir müssen echt gucken, wie wir das hier mit dem Platz am besten machen. Das wird so ein bisschen schwierig zu handhaben, glaube ich. Ich glaube, da müssten wir halt echt hier drüben irgendwie hinpacken. Dann könnte das ganz gut funktionieren, wenn wir hier so drei Beete hinpacken. Das heißt, vier, acht, zwölf, sechzehn, zwanzig. Wenn wir das so lassen, könnten wir eventuell so ein bisschen Knoblauch hier drüben anpflanzen. Und hier könnte man ja dann nochmal gucken, dass man irgendwie eine kleine Imkerecke oder sowas macht. Das wäre vielleicht auch nochmal ganz cool. Wenn wir uns hier so ein bisschen die Insektenfarm hinstellen. So ein, zwei Stück davon zumindestens. Beziehungsweise gibt es den Imker und es müsste eigentlich auch noch dieses Krabbeldingsens geben, oder? Müsste es nicht nur dieses Krabbeldingsens? Oder ist das dieses Krabbeldingens? Ich glaube, das ist das Krabbeldingens. Nehmen wir hier zwei Insektenfarben. Ich glaube, das sollte reichen. Und dann machen wir jetzt erstmal weiter. Das ist auch auf jeden Fall nochmal eine gute Anlage, um Geld zu machen, denke ich. Wie gesagt, wir müssen gucken, dass wir hier den Fokus so ein bisschen aufteilen können. Zwischen Geld machen und Familie und keine Ahnung was. Deswegen mal schauen. Wir können Sie auf jeden Fall bitten, nach Wertsachen zu suchen. Das werden wir auch mal dann gleich bei allen beiden machen. Das darf dann auf jeden Fall Leo gleich machen. Und wir haben alle fünf Knoblauchzehen geerntet. Und jetzt würde ich das Ganze nämlich gerne... Okay, Sarah, du musst dich hier mal eben kurz um ein Baby kümmern. Was hat dein Baby hier für ein Problem? Das wissen wir nicht. Also super effiziente Babypflege. Okay, es hat Hunger. Dann nehmen wir es mal eben schnell an die Brust. Und da wir ja jetzt noch den Knoblauch im Inventar haben, da wir den ja gerade eben abgeerntet haben, würde ich tatsächlich sagen, wir haben sechs Knoblauchzehen drin. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Und dann könnten wir eigentlich... Können wir das rausnehmen? Nee, können wir nicht, ne? Egal, dann lassen wir das da. Dann darf Sarah auf jeden Fall eben schnell das Gemälde für 1.285 Simoleons auf Plopsy anbieten. Dann dürfen wir Frösche züchten. Oh mein Gott, es geht hier gerade alles so wahnsinnig schnell. Hier haben wir nochmal einen Frosch für 100 Simoleons. Dann auf jeden Fall müsste Sarah hier einmal pflanzen. Das darfst du ja auf jeden Fall gleich machen. Hier bei den Imkern... Gut, dann können wir mal gucken, was wir hier... Ich glaube, einmal maden würde ich... Obwohl, Bombardierkäfer geben. Bombardierkäfer am meisten. Ich habe mich damit ehrlich gesagt noch nicht befasst. Nehmen wir einmal Bombardierkäfer und einmal grillen. Denke ich, das wäre ganz gut. Das wäre ganz sinnvoll. Und danach darf Sarah dann auf jeden Fall... Ich hoffe, dass bis dahin die Babys halt nicht durchdrehen. ... sich an die Arbeit machen. Hier haben wir noch ein paar Benachrichtigungen bezüglich der Wollmaus. Wollmaus hat sich durch Staubhaufen gewühlt und ein rätselhaft makelloses Obst oder Gemüse zu finden. Und sogar der Versuch, wie da standen, es sofort zu verschlingen. Also einmal ein frisches Obst-Gemüse-Dings und einmal was Verrottetes. Ja gut, Zitrone perfekt und bizarre Frucht normal. Ich weiß nicht, wollen wir das anpflanzen? Dass wir hier eventuell so ein Zitronenbäumchen oder so nehmen. Hier vielleicht nochmal so eine Frucht. Ich weiß nicht, ob die vier Simoleons bringen oder nicht. Aber ich würde sagen, das lassen wir dann auch mal direkt anpflanzen, oder? Also würde ich jetzt sagen. Du brauchst jetzt nicht in Büchern blättern, mein Lieber. Du kannst... Wir haben doch gar keine Spielkonsole. Wieso haben wir hier noch keine Spielkonsole stehen? Ist auch wieder sowas. Wir haben das so sporadisch eingerichtet, weil wir kaum Geld hatten, dass wir nicht mal eine Spielkonsole hier hingestellt haben. Das ist böse. Ich möchte nicht den Riesenfernsehen, ich möchte ganz gerne die Spielkonsole hier haben. Das wäre sehr schön, wenn das so funktionieren könnte. Wenn wir das hier irgendwie so ein bisschen hier hinten hinter verstecken können. Dann kann der liebe Leo nämlich auch ein bisschen zocken, online spielen mit Damon und Stefan. Ich denke, das ist ganz in Ordnung. Sarah geht es auch recht gut heute. Und vielleicht kann Sarah sich dann auch noch mal mit den Wollmäusen anfreunden. Aber wirklich nur anfreunden und danach sich dann eventuell um die Kinder kümmern und dann sich an die Arbeit... Oh mein Gott. Leute, ich glaube, die Wollmäuse nehmen langsam überhand. Also wir müssen auf jeden Fall auch noch saugen heute. Da führt kein Weg dran vorbei, wie ich gerade sehe. Oh mein Gott. Das wird noch ziemlich anstrengend. Ich lache über dich. Immerzu lache ich. Soll ich aufhören? Ja, ihr hattet richtig Spaß. Die Baby ist hier oben allerdings nicht ganz so. Wir brauchen hier einmal ein bisschen Liebe und hier eine frische Winde. Sarah, wenn du dann fertig bist. Lassen Sie mal ein bisschen schneller machen hier. Das Pflanzen dauert halt echt eine kleine Weile. Und die Warteschlange ist immer noch voll. Dann darf Leo auf jeden Fall mal eben seine Hausaufgaben machen. Und jetzt wollen alle Babys was. Sarah, wie lange brauchst du noch zum Pflanzen? Okay, Sarah ist so gut wie fertig. Einen neuen Frosch können wir noch nicht züchten. Ich bin mal gespannt, was jetzt so daraus wird. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht allzu lang braucht. Ich glaube, dann lassen wir das mal eben schnell mit den Wollmäusen. Verdienst du damit deinen Lebensunterhalt? Tolle Handwerkskunst. Ich gratuliere. Wir versuchen es. Wir versuchen es zumindest damit, unseren Lebensunterhalt halbwegs verdienen zu können. Hier war auf jeden Fall eine frische Windel. Hier ist keine Windel zum Wechseln. Hier ist auch keine Windel zum Wechseln. Dann finden wir mal heraus, was los ist. Und Sarah hat keinen Spaß. Kann ich ja überhaupt nicht nachvollziehen. Lassen Sie auf jeden Fall noch mal ein bisschen Musik nebenbei hören. Damit Ihre Laune mal so ein bisschen besser steckt. Und 18 Modems für unser Buch haben wir auch gerade eben bekommen. So, du brauchst auch eine frische Windel. Dann kriegst du die dann auch gleich. Das ist gar kein Problem. Das Jugendfest hat begonnen. Schnappt euch euren Papier-Kabuto und macht euch bereit für die virtuelle Void-Kreaturenjagd. Festival-Infos-Anzeigen. Ein Gespräch mit Jamal... Gucken wir doch mal nach. Ah, okay, da müssen wir hinreisen. Können wir das nicht hier aus vom Telefon machen? Ah, ist das schade. Hätte ich sehr gern gemacht. Kinderfreundliche Websites durchsuchen. Mach das mal und dann darfst du hier auch noch mal am Handy ein Spiel spielen. Während sich deine Mutti ganz entspannt um die Babys kümmert. So ganz, ganz, ganz entspannt. Sehr schön machst du das, Sarah. Ich bin sehr stolz auf dich. Nein, wir möchten jetzt nicht zu Silas rüber. Ich glaube, wir haben hier alle Hände voll zu tun. So, okay, du brauchst was zu futtern. Dann bekommst du was zu futtern. Gar keine Frage. Und Sarah möchte ein Gemälde beenden. Aber sie hat doch noch gar kein Gemälde angefangen. Uh, dein Paket ist bereits eingetroffen. Der Artikel übertrifft sogar meine Erwartungen. Dankeschön. So, dann gucken wir mal eben schnell, was bei Mike noch los ist. Hier auch noch so ein bisschen am Quengeln hier. Dem Rest geht es ja jetzt eigentlich wieder ganz gut. Leo, bist du schon fertig mit deinen Hausaufgaben? Nein, aber so gut wie. Uns ruft jemand an. Hey, Sarah, ich habe Lust, heute etwas Neues zu lernen. Ähm, nein, danke. Wir sind gerade beschäftigt. Und ich glaube, wir brauchen für den Haushalt und sowas auch noch den Rest des Tages. Tägliche Obergrenze für einen Lebensstil erreicht. Okay, Kommunikation, dann wirst du ein bisschen Diebkost. Dann darfst du hier mal eben Staub saugen. Leo hat seine Hausaufgaben beendet. Wunderbar. Leo, könntest du dann eventuell auch aufräumen? Kannst du eigentlich auch? Nee, du kannst noch nicht Staub saugen. Das ist schade. Das heißt, Sarah darf das alles selbst tun. Und zwar darfst du dann auch noch hier Staub saugen und da Staub saugen. Und ich glaube, hier darfst du auch nochmal Staub saugen. So, und dann dürfte Leo das Ganze nochmal machen. Und zwar nämlich nach Wertsachen suchen. Bitte nach Wertsachen suchen. Und bitte nach Wertsachen suchen, bevor wir euch nachher dann doch tatsächlich aufsaugen müssen. Ich glaube, ansonsten nimmt das Ganze hier echt überhand. Und irgendwie müssen wir es dann auch noch hinbekommen. Sage mal, Sarah. Nein, wir wollen jetzt nicht plaudern. Sarah geht jetzt einmal bitte eben schnell auf die Toilette. Die Volvos war mies drauf und hat überall nachher etwas gesucht, nachdem sie deine Verdrießlichkeit zum Ausdruck... Ach Gott, schon wieder was Verrottetes. Warum mögen die uns denn heute nicht? Das ist doch böse. Eine Pieksfrucht. Die Pieksfrucht ist schwierig zu handhaben und lässt sich nur unter Quallen- und Hosentaschen stecken. Beeindruckend. Ich glaube, das könnten wir dann eigentlich auch anpflanzen. Also ich würde es tatsächlich nur so ein bisschen im Inventar behalten. So, wenn Sarah jetzt aber hier fertig ist mit der Toilette, dann darf sie auf jeden Fall eben schnell mit dem Kunden zumindest schon mal chatten, dass wir das auf jeden Fall schon mal fertig haben, bevor sie dann anfangen muss, das ganze Buch zu schreiben und dann hier auch noch den Haushalt hat. Das wird ziemlich anstrengend. So, dann haben wir hier noch ein recycelter Müllhaufen. Dieses Objekt kann nicht, äh, okay, kann nicht, äh, fair, 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 kauft werden. Können wir das dann aber direkt in die Mülltonne packen? Oh, und die, die Wollmaus hat uns 162 Simulions gefunden. So mag ich das. So, dann können wir das nochmal im Inventar platzieren. Oh, den Babys geht es schon wieder so schlecht, Leute. Das ist wieder ein Part, sag ich euch. Heftig. Du möchtest deine Mama um Rat bitten. Und was für einen Rat möchtest du sie denn bitten? Wie wäre es, wenn du dir hier nochmal irgendwie eine schnelle Mahlzeit nimmst, wie ein Erdnussbutter-Jelly-Sandwich? Und danach könntest du eigentlich irgendwie, ähm, am Computer chatten, solange wie deine Mama zumindest den Haushalt macht. Das wäre, glaube ich, nochmal ganz in Ordnung. Danach braucht die Mama aber den Rechner wieder. Und irgendwie müsste sie sich auch um die Babys hier oben kümmern. Ich glaube, ich habe mir das Ganze doch ein bisschen einfacher vorgestellt. Mit den ganzen Babys und, ja, Arbeit und so weiter. Ist doch nicht so einfach, wie ich dachte. Müssen wir gleich mal gucken, dass wir das irgendwie dann unter einem Hut bekommen. Ich würde sagen, dass wir das Ganze dann im nächsten Part weitermachen. Ist auf jeden Fall ziemliches Durcheinander und ziemliches Chaos gewesen heute. Es ist nicht ganz so viel passiert. Also ich dachte eigentlich, dass die Babys zu Kleinkindern werden. Das würde wahrscheinlich doch erst im nächsten Part passieren. Die Wollmöse sind heute gar nicht so nett wie beim letzten Mal. Ich meine, beim letzten Mal haben sie uns gleich knappe 10.000 Simulons gebracht. Und jetzt bringen sie uns irgendwie die ganze Zeit nur irgendwelche verrotteten Sachen. Was eigentlich auch gar nicht so schlimm ist, weil wir es ja anpflanzen können. Also finde ich das eigentlich ganz okay. Ich denke mal, der nächste Part wird auf jeden Fall ein bisschen ereignisreicher. Und vielleicht werden wir dann endlich eine Babykatze bei uns einziehen lassen können. Vielleicht ist dann endlich die richtige dabei. Ja, und ansonsten denke ich mal, werden wir dann zwei Kleinkinder haben im nächsten Part. Also ich freue mich da schon richtig drauf. Und wenn du Lust hast, dann schau sehr, sehr gerne nächste Woche um die gleiche Zeit nochmal rein. Donnerstag, 15 Uhr. Ich habe die Zeit jetzt von 18 auf 15 Uhr geändert. Finde ich irgendwie ein bisschen passender. Genau, und ansonsten, wie gesagt, folge mich sehr, sehr gerne auf Twitch. Da bin ich jetzt relativ aktiv auf Instagram. Und schaue auch auf dem Discord vorbei. Da fährst du dann immer, wann und wo irgendwie was startet. Und hast ja auch eine tolle Community auf dem Discord. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin sage ich erst mal. Ciao.